Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal zur Forderung gleich. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr immer auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir haben den 14.07.2019 und wir starten direkt in den Itemshop. Wir haben heute zwei neue Skins und eine neue Pika, aber die schauen wir uns später an. Wir fahren direkt mit dem Schaman. Ja gleich. Also ich finde ihn relativ cool, muss ich sagen. Ich gebe ihm eine 7 von 10. 7 von 10. Ja und ich weiß, dass er wieder mega schlecht bewertet ist. Ich gebe dem, ja ich würde sagen, dass ich dem 8 von 10 sogar gebe. 2,145 bei 14 Wurzeln erstmal am 31. März 2019 Schockenwesen, dann 3 mal und 7 mal anders. Dann, da ist Spektrum. Ja das sieht halt für mich so aus wie die Omega Picke. Ich habe schon damals gesagt, 800 Wiebergs, Teil kriegt von mir 6 von 10. 6 von 10 von mir kriegt die 8 von 10 auch. 3,97 von 5 bei 30 Wurzeln erstmal am 30. März 2018 Schockenwesen, dann 24 Mal und 35 Mal anders. Blutroter Sperr, Crimson Scout. Naja, so besonders toll ist er nicht, 5 von 10. 5 von 10. 5 von 10? Von mir kriegt der ja 4 von 10. 3,09 von 5 bei 23 Wurzeln erstmal am 25. Februar 2018 Schockenwesen, dann 15 Mal und 17 Reminders. Dann Lama Glocke. Mega geil. Absolute Eroberkult. Lama Glocke kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. 4,6, nee, 4,6,3 von 5 bei 99 Wurzeln erstmal am 20. August 2018 Schockenwesen, dann 14 Mal und 100. 4,90 Reminders. Haltbanger. Auch mega geil, ich weiß, er war auch sehr unbeliebt. Ich habe mir das selber auch geholt. Wenn 500 Wiebergs das Teil gibt von mir, 10 von 10. Hä? 3,07 von 05 bei 15 Wurzeln erstmal am 27. Oktober 2018 Schockenwesen, dann 5 von 9,49 mit Meinders. Dann Herr Superbeiderbeit. Step it up. Ja, Michael Fletley wäre mega stolz drauf. Kriegt von mir 8 von 10. 8 von 10? 10 von 10. So. 3,255 bei 12 Wurzeln erstmal am 10. März 2018 Schockenwesen, dann 10 von 10. in den 13 Mal und 20 Wurzeln, dann 1,49 mit Meinders. Fliegenfänger. Fliegenfänger. So, jetzt gucken wir uns das Teil mal an. Ich kann leider nicht ansuchen. Ja, aber wieso heißt das Fliegenfänger? Versuch mal damit eine Fliege zu fahren. Wie kannst du natürlich die Hälfte Teil mit dabei. Wie? Ja, treffen wir es nachher. Oder es soll mal seitlich draufhauen. Lege dich niemals mit einer Raub an. Fliegenfänger. Ja, lege dich niemals mit einer Raub an, Teil des Kokon-Crewsets. Ja, das hat natürlich durch sehr viel mit einem Fliegenfänger. Aber egal. Also 500 B-Bucks, ich finde das... Mach mal Werkzeugeffekt, bitte. Ah ja, also besonders toll ist es nicht. Kriegt von mir 5 von 10. Von mir kriegt er... 3 von 10. 4 von 5 bei 2 Wurzeln zum ersten Mal am 14. Juli 2019 Schockenwesen. Seitdem ein Hallo und ein Reminder. What? Okay. Danke mal zum Raupen-Rekrut. So, zoomen Sie mal bitte an den Rand. So, und jetzt möchte ich mal ganz kurz langsam... Also, du siehst ja auch aus, wie das ist eine dicke, fette Raupe. Das sind ja die zwei Fühler da oben. 2 und 10. Die 2 und 10 sollen die Fühler sein. Und... Leider mal ein Polster, Polster umhauen. Ja, ja, genau. Was sind wir hier? Hier haben wir noch 2... Das ist da oben sind die Augen, ne? Auf dieser... Ja, das sind ja auch... Und hier ist kein Gesicht. Das ist ja... Ja, also, man muss jetzt gleich dazu sagen, wir haben jetzt geschätzt, wie lange? 3... Ja, wir haben heute... Fast 4 Stunden am Stück versucht. Was heißt fast 4? 4 Stunden, ne? Kann man sagen. 4 Stunden am Stück haben wir jetzt versucht auf der Map. Also, wir haben ein Match nach dem anderen gespielt. Wir haben in keinem einzigen Match ein Raupen-Rekrut. Oder diese Schmetter-Liefer. Ja. Oder die Picke. Ja. In keinem einzigen. Ja. Aber was gibst du denn? Ja, weil wir jetzt so lange nach ihm gesucht haben, der hat sich wahrscheinlich irgendwo in so einem Kokon verkrochen, ja? Äh, kriegt das Ding von mir 4 von 10. 4 von 10? Ja. 3 von 5 bei 4 Worts im ersten Mal hoch. Ja, auch 4. Achso. Und ein Reminder. Ähm, dann kommen wir zum letzten Einen der Schmetter-Liefer. Die, finde ich, sieht nicht so schlecht aus. Mach mal... Ja, ich finde, die sieht nicht so schlecht aus. Diamant. Was? Diamant. Was ist ein Diamant? Ja, da oben so ein paar blonde Strähnchen drin, blaue Haare. Aber ansonsten... Geh die mal bitte ein bisschen. Mach mal die Flügel dran. Ich glaube, die Flügel, die sind gar nicht mehr so... Die haben auch so einen Partikeleffekt eigentlich. Ja. Genau, da sind solche kleinen Partikel hinten dran. Ja, also ich finde, die sieht jetzt nicht so schlecht aus wie der andere Typ da eben gerade. Und die kriegt von mir immerhin 7 von 10. Von mir... 6 von 10. 2,6 von 5 bei 5 Worts. Und 6 von 20 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in den Kommentaren, abonniert den Kanal und schreibt es in den Kanal. Der heißt Fortnite Daily Shop mit uns beiden. Bis dahin und tschüss.